Was ist gut für dich? Sag mir, es ist richtig gut! Denn ich bin eben ich! Ganz genau, ich war auf einer Party letzten Donnerstag mit allen meinen Freunden, die ich sonst noch mag. Wir hörten heiße Platten, alle tanzten wie verrückt, doch mich hat ein ganz anderer Rhythmus entzückt. Die Freunde sagten, was machst du, du bist doch nicht dumm. Ich meinte, ihr tanzt so und ich tanzt andersrum. Ich mag, was ihr macht, doch ich krieg's anders hin. Das ist von mir bestimmt gar kein Eigensinn. Sei ganz du, glaub mir, das ist gut für dich. Mach auch, was du willst, richtig gut. Denn ich bin eben ich. Oh, ich saß zu Hause und blätterte in meinem Lexikon. Plötzlich hör ich das Geklingel von meinem Telefon. Ein paar Freunde meinten, ich soll doch zum Beispiel rüberkommen. Doch ich sagte, ich hab heute mir was anderes vorgenommen. Viel lieber üb ich heute mal mein Vorstellungsvermögen. Und ich träume, dass die Berge alle hoch zum Himmel flügen. Das macht mir einfach mehr Spaß, ich bin davon ganz hin. Das ist von mir bestimmt gar kein Eigensinn. Wenn er sich sein Essen macht, mach ich's wie ihr dabei spielt. Das ist Kraft, das mach ich wie ihr mit. Wenn er mich im Parabellst, wenn er jemand was erklärt. Das mach ich wie ich. Wie er sich im Tanz bewegt, das mach ich wie er seine Haare trägt. Das mach ich wie ich. Wie er morgens früh aufsteht, wenn er in die Schule geht. Wisst ihr was, das mach ich richtig. Sei ganz du, glaub mir, das ist gut für dich. Ja, mir geht's richtig gut. Ja, ja, ja. Denn ich bin eben ich. Sei ganz du, glaub mir, das ist gut für dich. Gut für dich. Ja, mir geht's richtig gut. Denn ich bin eben ich. Denn ich bin ich, ich bin ich, bin ich, eben ich. Ich.